Hier bin ich wieder, der liebe Kunkie. Ich mache weiter, mein Laser-Attack-Bunker-Dingsbumster zu renovieren. Sauergemacht habe ich schon. Rasen habe ich schon verbrannt. Wo kriege ich die Pflanzen her? Das ist ein Verbrauchsstoff. Leider und Gerüste. Anschluss. Verbrauchsstoffe sind. Verbrauchsstoffe sind auch ein Buch. Leider, Gerüste, Fußpunkt, Fenster, Wende, Werkzeuge. Kettensägel, genau. Nichts offene Kettensägel. Verstehe es nicht. Ja, machen wir so Räume und fertig. Was soll hier rein? Ein Geriss mal Eseltel aus Holz. Okay. Sogar zwei. Geil. Ja, geil. Ein Tisch hier, ein Tisch da. Zehn Stühle in rosa. Stühle kaufen. Ja, ja, oh, oh. Glaub ich noch mal kicken. Oh. Und da habe ich Stühle über. Ich weiß gar nicht, wie wir sitzen sollen hier. Hinten ist da und da. Jetzt im Warteraum. Oh, moderne Soma. Soma. Sofa heißt es. Äh. 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 Ja, ist auch gut hier jetzt. Ah, der ist so ziemlich Maske da. Jo. Das ist ja nur eine Maske, aber wieso kann sie... Hallo? Muss ich raus schmeißen? Oder was hier? Mein Konto stand. So. So. Kaufen, 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 Kaufen. Ach so, ich muss mehrere. Ja, da muss ich ja noch eins wählen. Jetzt kaufen. So hier so. Bam. Ich habe keinen Platz für den Kack. Was soll ich mit der Scheiß? Das ist ja richtig ätzend hier. Also da muss ich ein WC auch noch einbauen. Oh, nur ein WC muss ich auch noch bauen. Dinggewehre. So mit dem machen wir hier. Ich habe mir eine Wand geklappt. Ja. Ja, lege ich auf dem Tisch. Kann ich mich auf dem Tisch legen? Kann ich an der Wand hängen? Geht mir. So, hängen an der Wand. Ach so geht das. ein hänge fährende wo ich bin pleite ob alle geld mehr wird die auftrag beenden auf der bänden die kann auch jetzt wieder sie zu abschließen ja gut 70.000 reich der mann sehr tolle auswachen da habe ich nicht gemacht wieso die rauskirchen spüren das ist echt crazy ja muss gemacht werden technik im lernraum macht immer spaß ich bin so schlecht verstecken wieder 17.000 gesagt ja ich war pleite hat mein ganzes geld am kopf gehauen also wieder 17.000 eine müssen sich jemand anbauen aber ich wollte ein bisschen mehr geld weil dann muss ich wende einreisen befreie mich von diesen schrecklichen farben süßer weites was bitte amoresse wende anbauen bitte räumen sie aus ausprobierung und streichen auch von ich bin ich noch luka gut ja da machen wir da schön leider kann ich nicht gut deutsch sprechen es tut mir so leid ich habe vor einige zeiten ein großes großes rott gekommen und alles hier ist gesund und das saunamangel saunasin laut in mein land sehr beliebt ich möchte hier kannst du mein haus ein saunamagen außer haus saunasin blau und grau wände möbel sollten kann aber viel stil also etwas weiß blau ist ich möchte die küche zwei schlachten salons ja na gut na gut kriegen wir hin hat nicht viel geld was können wir hin nein ich muss mich nicht öffnen guck mal da schon wieder viele fe-fe-fe-feetische-feetische-feetische-heiden haben ja ja und grau und grau und grau und grau ein garten wie die schwisten das ist das sauna machen soll ich wieder das ganze haus machen ist das göttlich jetzt nicht guck mal wie schnell ich bin so ja fähigkeiten verbesserungen ja für kräuter im garten sehen ich kann das unkraut sehen im garten alles unkraut unkraut kann das hier unkraut sehen das ist ja richtig er ist krank es ist krank der unkraut man es ist ein baum sah wie punkte eingang aus ich kann nicht gebrauchen ja wenn hier los zu wünschen ist hier kein müll drinnen erst mal hier rein und kein müll ja ja einmal ja mit einem leimer warum wohin das kann ich wohin so viel andere raum ein schuhschrank wir haben bitte fließen soll ich machen krieg ja muss ich mal gucken streich die wände bei extra meine würde meine würde wenn die stimme hört ist es meine meine also das war mein sohn nein der streitig immer so nein weiß ich nicht war da geht es hier wird gemalt die aufnahme wenig neu machen dass ich es einfach drinnen würde ja leiten kommentieren ja und die abonnieren oder abonnieren und was weiß ich muss ganz gehen wir mal muss ich das ist doch kein weiß das mein komisches muss ich ja mal sagen komisch ich brauche einfach nicht der flur wie die rolle das will ich dachte ich so eine sauna machen es ist nicht hier hier mann hier haben wir alle hier und diesen liegen und hier an diesen äh, äh, ich hab noch die Formeln damit und Fleeceen ist echt ätzend, find ich ja, ist einfach ich meine, ich lege die Fleeceen zuerst, bevor ich zu kommen wir mal zwei starten ja genau, ich nehm was mit so, 15% machen wir jetzt ein Badenzimmer, hätten wir auch zuerst gehen wollen, zuerst gehen ist ja, kurz geflutscht, es hat gerutscht oder so, immer gehört kommt klar? ok bei Homeschooling ist gar nicht so einfach ein Stück, au, wir machen ja, jetzt geht weiter ich hab dann wieder eine Pause am Nase, guck mal, ist das hier schön kann man hier noch Schleiderfliesen legen, das ist doch so anstrengend diesen legen also Märchen machen, mehr Geld kriege ich und mehr für die kann ich meine eigene Höhle machen ja, ich wollte ja noch mal, 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 mal so, was mach ich jetzt mit ne Schafe so, ich hab Toilette kaufen ich will ja immer auf den Kack kaufen das ist in Ordnung so, Kacke Spülbecken Spülbecken Klingt einfach im Spülbecken ganz einfaches Ding, kriegt ihr Neuwand gedrückt aber wirklich ganz einfaches Ding so 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 auf, fertig so lass doch hier rein so 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 nicht mehr schnellere vergipsung schnellere Montage schnellere Montage kommt ja alles gut in meiner neuen Wohnung mein cyberding da gar gar schubelbecken kann man hier mit dem Auto parken das ist auch eine schöne Farbe hier schön schwarz kann man tun kann man tun ich habe schon wieder schwarz genommen man so hä schwarz 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 noch mehr die pferdigkeiten brauche ja alle hier wäre jetzt echt ich hab mich auch nie gesehen jetzt aber so, Garage aufwertig das hier oh ich muss schon wieder streichen 3 wenn eine fände fände gleichzeitig aber das machen wir in der nächsten show maler action hier bis dann tschüss euer gongi abonnieren liken und das kommentieren und nicht vergessen